Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Was? Was ist die Kamera? Kochen die Kamera! Kochen die Kamera! Kochen die Kamera! So Stellungen nehmen! Die lassen uns schön hier rauf laufen! Was denn sonst? Du bist auf Action! Du bist? Da hat aber eben jemand geschossen, oder? Ihr Maik, was sind denn das für Typen da vor dir auf 12 Uhr? Feinde! Feinde! Ich hab nicht so weit! Was? Was soll ich denn tun? Soll ich schießen, damit du zurücklaufen kannst? Nein, wir waren vor! Das Ding weiter werfen! Das Ding weiter werfen! Darf man das so anpacken? Ja! Kamera läuft! Vorsicht! Hast du noch Nebel? Willst du werben jetzt? Das machen wir, wenn wir an die herankommen! Was denn? Hast du ihr Plan? Ja, er hat sich erstmal in den Graben, in das Stellungssystem da reingeschmissen! Hier! Dabei da drauf! Da wird dein Richtschütze sein! Hast du ein Fernglas oder sowas? Eckok! Eckok! Da kannst du ihn versuchen zu korrigieren, vielleicht siehst du die Kugeln! Geh rauf zu ihm, leg dich links von ihm hin, so ein bisschen an, da gibst du ein bisschen ab! Da kannst du die Typen richtig geil treffen! Hey Benni! Steh mal nicht hier so rum wie so ein Wahnsinniger! So langsam sehen die das wieder aufstehen! Wollen wir drauf? Ne! Also ja, brauchen wir jetzt! Ja, warte, hier! Nein, nein, ich hab noch! Ich hab noch! Ja! Machen wir ein bisschen fest, was da hochkommt! Alles klar! Fertig! Ja, was mit dir Smoke? Alles klar! Warte! Wir müssen näher reinkommen! Ich muss auf jeden Fall nachladen, wenn wir unten sind, ne? Dann gehst du rechts bei Tigger rein und ich geh links zu A5. Fertig? Ja! Und los! Lade! Ist ja wie Hühnerscheiße! Aber ich hab Bock drauf! Lade nach! Ach, komm raus! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich geh wieder rüber zu Benny! ich gehe vor und ja berichte hier live vor ort wer ist der nebel kommt runter ja jetzt kommt nicht von rechts oder was aber jetzt kommen die links rüber Kopf runter, ist leider 05er, wo ist der Penner? Ich seh nichts. Hier links, was ist da los? Nibbel steht man!